Lodero, das ist der Treffer, das war ein super Volley, ja nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Er schießt, er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Guter Pass, das könnte schossen, tolle Aktion vom Torwart, macht er ihn, den hat er, jetzt können sie durchatmen. Schießt er ihn rein, der Ball streift die Latte, das war eng, er zieht ab, den Ball hält er gut, er versucht den Volley, das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Da zieht er ab, ganz starke Aktion vom Torhüter. Da verhindert der Torhüter, gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020